Es ist immer nachher natürlich im freien oder morgen im freien Fahrt deutlich schneller. Deswegen auch hier sehen wir der On-Rhein-Schickhörner ganz wichtig, wenn er hart am Bremsen kommt, dann wird der hohen Geschwindigkeit erst immer versuchen, das Auto gerade anzubremsen. Also wenn ihr die Möglichkeit findet, das Auto gerade zu stellen zum Bremsen, die auf jeden Fall nutzen, weil ihr dort eben die größte Verzögerung erreichen könnt, weil alle Räder gleichmäßig belastet sind. So, vorbei an der T13 geht's dann rein. In die Affelbach haben jetzt noch so ein paar feuchte Stellen auf der Strecke, aber die werden sicherlich bald weg sein. So, hier setzen wir uns beim 2km-Schild. Schon einfach so relativ vorher rein. Kurve öffnet dann auch, hier ganz wichtig, die komplette Hickelreinke nutzen. In den Bergabrechtsknick. Und nach der links in die Doppelrechts in der Affenbach doppelt anbremsen, haben wir kurz die Bremse lösen vor dem Linksblick. Und die folgenden Hickelreinke dann hoch anfahren. Damit da am Ausgang dann in Richtung Hocheichel genug Speed mitnehmen können. Das gleiche gehört hier auch für Hocheichel. Die rechts, die zu schnell fahren, hier den Schwerpunkt. Hier den Schwerpunkt darauf legen, dass das Fahrzeug früh beschleunigen kann. Dann erst so eine Fahrgastücke in Richtung Fühlewasserhöhe. Einsehnpunkt dann in den Flugplatz. Da haben wir links so Betonsteine. Die kann man sich da ganz gut merken. Die gehen so ein bisschen in den Anhaltspunkt. Und dann in mehr oder weniger einem Bogen durch die Doppelrechts. In Richtung Schwedenkreuz. Geht's dann im Normalfall ja mit Vollgas weg. Über den Spur, auf dem ich jetzt gerade bin, so können wir von links nach rechts fahren. Er läuft nicht rechtwinklig, einfach, dass das Auto eben nicht seitlich versprengt. Dann einlegen, dann Belagwechsel. Dann fünf Kilometer Schild in das Schwedenkreuz. Dann wirklich nahe innen an die Linie fahren. Arnbergkurve ist eine Kurve in der wo die Höhe des Reihen trenzen und üben kann. Das ist am Arnberg. Dann können wir dann auch zurück. Minimum des Ersatzrück der Kurve noch als Bremszone mit nutzen. Dann müssen wir die Bremse ein bisschen lösen. Und auf der Bremse einlegen. So, durch die Fuchsfeuer dann. Fahr wir jetzt nochmal ohne Körper. Nachher dann am Motorrad-Fausturzgefahrschild absetzen. Und den Körper auf der linken Seite mitnehmen. Aber da dann ganz früh drauf fahren, komme ich nachher mal drauf zurück. So, Arnberghorst. Wir schneiden den Körb dort wo der Zebrastreifen aufgemalt ist. Fahren dann bis zur Fahrbahn Mitte. Langsam um die links rum Autogutstellen für die rechts. Und hier auch wieder wichtig. Rechtskurve. Arnberghorstaufgang früh geschleudigen. Viel Geschwindigkeit mitnehmen. Im Riesen Metzgefeld. Metzgefeld. Metzgefeld fahren wir jetzt gerade auf dem Top 103 Zug. Da war eine ausgefüllte Einlenkung. Auch hier. Komplette Strecke nutzen schnelle Kurve. Hier brauchen wir wirklich die komplette Fahrbahn. Ende Metzgefeld. In die Linkskurve kann man relativ früh rein. Da ist jetzt wieder guter Grip. Da ist der Asphalt noch ganz griffig. Nicht zu früh schneiden. Dass wir die Rechtskurve danach den leichten Rechtsring vollfahren können. So Kallenhard runter Kallenhard. So etwa 10 Meter vor dem weißen Punkt auf der linken Seite einlenken. Auf der Spiegelkurve. Das ist hier die Links-Rechtschikane. Die Spiegelkurve wichtig. In der Linksrück ist in den Krafrang nicht drauf gekommen. Aber möglichst nah ranfahren. Die Treffer rechts. Hier am zweiten Körb innen sein. Und auch hier die ganze Autrecke nutzen. Mehrseifen auch wieder so ein doppelt Anbrennen. Das heißt, die Bremse kurz lösen, um den Rechtsklänge einzubiegen und dann nochmal nachbremsen für die Ecke links. So, dann breit statt auf die rechte Seite wechseln, würdest du wirklich auf der rechten Seite parallel fahren können, auch gerade dran bremsen. Da war ich selber ein bisschen froh. Und so eine Linksbogen endet man dann auf der linken Seite, dann einlenken, wenn links der Körb endet, in Exmühle. Und auch hier Exmühle, schau und früh beschleunigen. So, durch die Lauterkurve in Richtung Gartwerk. Seinberg auch gerade am Grenzen, auch wenn das hier so einen Knick macht. Und kurz bevor, auf der linken Seite, so vielleicht einen Meter davor, die hellen Betonsteine aufwärts des Fahrzeugs einlegen. Kann man jetzt in dem Landfahren ganz gut schauen. Und dann Kesselchen hoch, Kesselchen hoch je nach Fahrzeug, muss ich etwas mehr ausholen für die unteren Kurven. Mit einem nicht so leistungsstarken Fahrzeug fahre ich hier einfach ganz innen kurze Linie. Die untere Mutkurve wird dann natürlich von der Außenbahn. So, die untere Mutkurve dann in den linksweg davor mittig fahren, dann parallel für den Betonstein rechten. Die Betonsteine aufhören einlenken, dann Scheiteltumpen in etwa dort, wo der Belagwechsel ist und auch hier komplette Entrecke nutzen. Über die Kuppe weg dann. Links kann ich mir so ein bisschen den Einlenkpunkt eindringen. Über diese Betonsteine, die da mit angebracht sind. Und dann kommen wir zur Steilstrecke. Hier gibt es viele, viele Möglichkeiten. Seit letztem Jahr hier auch wieder guter Grip, das noch im Asphalt. Also ich persönlich fahre sehr früh, weil die Kurve an fast 180 Grad. Aber da kann man nachher auch verschiedene Varianten probieren. So, Karussell, etwa bei der vierten, fünften Platte reinfahren. Geschwindigkeit im Karussell ebenso hoch wie es meine Mauer eben zum Kunden bricht. Anfahrt vor 8, jetzt hier noch ein bisschen aufpassen rechts. Der Kurve ist momentan noch sehr, sehr glatt, weil es geregnet hat und da nicht drauf kommen. Einfahrt in die Vitane, etwa so bei Mittenkörper auf der rechten Seite. Also früher reinfahren, dann sieht man das auch so schön nach links. Dann von der HX-Höhe zum Süpermann. Späten Schritt für die Rechtskurve dann Auto gerade stellen, kurz anbremsen. Dann habe ich hier auch verschiedene Möglichkeiten. Den rechten Körper soll ich aber auf jeden Fall nicht nehmen. Da sieht man so eine abgeflachte Stelle dort drauf fahren und ganz spät runterfahren. Und dann fliegt das Auto am wenigsten. So, ich mache auch wieder eine Geschichte, die mehrere Möglichkeiten bietet. Also ich persönlich fahre die Rechts über die Kuppe maximal schnell. Kann dann Aeschbach selbst nur von innen anfahren, ist aber nicht schlimm. Erste Doppel-Links-Kurve. Muss das sowieso wieder abbremsen für das Brünnchen. Die Wichtigkeit Brünnchen, dass ich da auf der linken Seite stehen habe. Die Wichtigkeit Brünnchenausgang einlenken beim Belagwechsel. Dann hin zur ungeliebten Eiskurve. Da kann ich mich so ein bisschen an dem, an diesem gelben, aufgewahlten Spiegel-P orientieren. Da hinten noch davor einlenken. Nach der Eisbüro am Posten 169 zu fahren. Und auszuholen für den Linksklick. Für Landskarten, über den kleinen Sprung. Nach der Doppelrechte ist das Auto auf der rechten Seite platziert. Weil ich dann vorüber schleunigen kann. In Richtung 2. E-Punkt. Und nicht das noch wieder fest. Und hier dann. Eben nicht mehr linken als notwendig versuchen, möglichst gerade Linie zu finden. Richtig, nicht das noch wieder fest. So, hier fahre ich dann auf der linken Fahrbahnseite. Und, ja, muss ich euch nachher erklären. Es ist zu kompliziert jetzt. Fahr meine Hände mal langsam an der Stelle. Da zeige ich euch, auf welchen Punkt ich da zufahre. In der Schnellenrechtsrunde. Im Schäubenschanz, kleines Karussell. Hier hilft es, wenn ich mit den Linkenrädern bis unten an den Körper anfahre. Geigenkopf. Wenn wir geneigt zu spät einzulenken, hier kann ich relativ zügig mit vollem Eilen reinrollen lassen. Kurve öfter dann bis zum 186er Posten rausfahren. Dann wieder nach innen rein. Und so ungefähr 4-5 Meter nach Beginn des Körpers auf der rechten Seite dann den zweiten Scheidepunkt hin. Gut, Wechselwahl mal durch. Dann. Dann.